Ah, riechst du das auch? Ja, sorry, das war ich. Ich hatte gestern Abend einen mächtigen Bohnensalat. Was? Was? Ich meinte, hier riecht's nach Geld, oder? Ach so, ja, 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 das hab ich auch gemeint. Moment mal, warum überhaupt nach Geld? Warum wohl? Weil das Marketing-Genie FC Barcelona mal wieder zugeschlagen hat. Aha, habt ihr euch wieder von der Bank Geld geliehen, oder was? Geldlein? Wer macht denn sowas? Wir sind doch keine Geringverdiener. Nee, nee, wir haben verkauft. Was verkauft? Ja, alles halt. Spieler, 50% unserer Merchandising-Lizenzen und ein kleines bisschen auch unsere Seele. Super, toll gemacht, Barca. Jetzt habt ihr also wieder Geld? Ja, genau, La Liga. Jetzt wird alles anders. Nee, das nicht. Ihr seid ja immer noch genauso blöd wie vorher. Hey, Klappe! Und außerdem haben wir die TV-Rechte für die Liga jetzt auch verkauft. Entschuldigung, ihr habt was? Ja, nicht mehr so einen lausigen La Liga-Deal. Wir haben uns da nämlich selber drum gekümmert. Super, Barca. Dann seid ihr halt jetzt so ein Idiot mit noch mehr Geld. Ja, ich bitte dich. Was soll denn schon schiefgehen? Ja, was soll denn schon bloß schiefgehen, Barca? Ja, okay.